Willkommen zu einer weiteren Folge Binding of Isaac Afterverse mit mir, dem Terminus. Ich muss jetzt ganz schnell machen, weil ich habe noch zwei Stunden, um die Folge aufzunehmen, um hochzuladen. Heyuha! Und deswegen nehme ich auch Lilith, obwohl wir die... Uh, danke. Obwohl wir mit Lilith schon den Creed Mode geschafft haben. Geil. Oh, freut mich der Terminus, aber. Weil? Äh. Hallo? Was kommt das jetzt? Weil ich einfach ein paar Münzen in die Creed Maschine packen will. Man muss erst klicken. Ja, ich habe vergessen. Und Lilith nämlich, weil ich mag Lilith. Ist ein super Charakter. Da war schlecht. Das gebe ich zu. Das war nicht mein bester Play im Leben zusammen. Brune wäre geil, weil dann könnte ich wieder sehr, sehr viel Geld abstauben. Hier. Mali-Booms. Tatsächlich versuche ich gerade im Singleplayer... Ich spiele gerade Singleplayer. Natürlich. Ich rede nur Bullshit. Äh. Offline. Ohne Aufnahme. Sagen wir es so. Versuche ich gerade, den Isaac was zu schaffen, um es dann auch... ...nochmal zu schaffen. Während der Aufnahme. Aber das läuft gerade nicht so. Ich weiß auch nicht, ob ich es sagen soll. Eigentlich kann ich es sagen. Ich versuche hier Lost frei zu spielen. Aber da gibt es anscheinend Probleme mit den neuen Ebenen. Wie Flooded Caves oder so. Jeder, der weiß, wie Lost frei zu spielen ist, kann sich vielleicht was beidenken. Muss aber nicht. Das ist nicht gezwungen. Eigentlich hätte ich die Box nochmal einsetzen können. Ja, ist jetzt egal. Allerdings, komm, machen wir. Weiter geht's. Ja, komm. Was kannst du? Gerade nicht so viel gegen meine drei... Hä? Irgendwas ruckelt hier. Ich habe jetzt ganz schnell den PC angemacht, aufgenommen, weil ich muss halt, wie gesagt, schnell hochladen. Und jetzt ist irgendwas komisch. Fuck you. Ich sterbe. Außerdem sind schon wieder viele meiner Herzen weg, die ich am Anfang bekommen habe. Ja, ja, ja. Machst du ganz toll, Monstru. Machst du ganz toll. So. Hätte mich das etwa treffen sollen. Das gefällt mir. Ja, du gerade auch noch Kamang schlissen. Aua. Ich soll ja nicht so viele Herzen verdienen, habe ich das Gefühl. Das kommt mir irgendwann schlecht. Irgendwann wird das nicht mehr so cool sein. So. Kurz dich fertig machen, will du. Dann deinen komischen Ding. Und... Hallo. Hi. Warum nicht mal was Gutes? Ganz einfach. Wäre zu einfach. Jetzt nehmen wir unser Geld. Hallo. Bombe. Okay. Ja, eine Münze verloren. Ich nehme das mit, weil ich mir dann keine Schlüssel mehr kaufen muss. Und den Rest für halt ich will nicht sehen. Allerdings nehme ich noch eine Bombe mit. Die nehme ich noch mit. Yeah. LOL. Die macht sogar sowas. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Eins habe ich vergessen. Äh. Nice. Feuer noch ausmachen, weil trotz Zeitdruck will ich alle Münzen. Meine Bombe nehme ich mir noch mit. Einfach, weil ich nicht weiß, ob ich überhaupt noch Bomben kriege. Hallo. Ja. Ladet mich auf. Finde ich echt nett. Muss ich sagen. Ist okay. Natürlich kriege ich Mega Fahrt, was echt scheiße ist. Ja, ja. Aber ich kann jetzt hier immer mit einer Münze hier rein und kriege Piscas. Knockbackshot. Knockbackshot ist okay. Ich kriege auch das. Und kriege die Safety Cap. Und haben Curse. Ja, danke. Ich setze erst dich ein und drücke dann auf den Schalter, weil wir haben gelernt. Dann ladet sich das gleich eins auf. Was genau der war, der mir beim Level hier gefällt hat, der Strich. Oh Gott. Dicke Spinne. Äh. Du stehst da gerade echt dämlich. Mich lukt's. Was echt eine blöde Ausrede ist, kurz nicht zu kämpfen. Ich weiß. Aber ich mag blöde Ausreden. Die passen zum... Boah. Aber nicht so nett. Ja, ihr könnt nix hier... Dafür werden sie aber ganz schnell ihren Kopf... Wow. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so... Boah. Oh, ich hasse ich. Und ihr wollt es nicht wahrhaben. Hallo. Diese kleinen Mini-Schlubs. Gibt ein... Schlub hat keine Vorentwicklung, oder? Nö. Nur eine Weiterentwicklung mit Schlub-Lick. Was im Englischen Lickilick. Was im Englischen Lickilicky heißt. Und das finde ich komisch. Das ist genau mein Humor. Hui. Okay. Kurz euch töten. Das mögt ihr doch. Dann machen wir weiter. Ich glaube, ich habe schon wieder verkackt, indem ich nicht geguckt habe. Und ich habe langsam Angst, weil ich nicht weiß, wie viele Herzen ich habe. Habe ich schon wieder die zwei vom Satanil verloren? Wenn ja. Hallo? Was habe ich gerade mitgekriegt? Nicht machen. Das mache ich nicht. Babadabam. Boom, bam, bam. Ne, Rune wäre cool. Ah, guck mal. Ich kriege die Ausladung noch, oder? Kriege ich die jetzt noch? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert in diesem Spiel. Habe ich noch nie gespielt. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Nein, lass nicht. Die dicke Fistola können wir ruhig leben lassen. Die stört ja nicht. Allerdings, das nervt sich. Machen wir sie mal tot. Was tust du? Nein, bleib weg. Das gefällt mir nicht. Hallo? Keines Fritz-Hilbitz. Ich weiß nicht, was ich sage. Tut mir leid. Uh. Angelus Dilos. Zum Glück habe ich die Bomben, ey. Den Engel sprengen macht keinen Sinn, oder? Hier funktioniert nicht. Abzocke. Krass, der Abzocke. Egal, ich habe zwei blaue Kackeerzen bekommen. Piscis ist nicht schlecht. Auch ein blaues Kackeerzen. Und Bomben. Champions Welt. Nämlich. Dich nehme ich auch. Jesus Djos. Das wäre jetzt tatsächlich nicht scheiße. Hätte man sich halt erst mal die Bombe gekauft, ne? Aber nein. Temjas will nicht. Boom, Junge. Yay. So. Kriege ich jetzt noch sieben Münzen zusammen. Komm, ich habe blaue Herzen bekommen. Geld. Du bist kein Geld, verpiss dich. Geld. Gapi. Okay. Nehme ich auch. Gut. Jesus Djos wäre jetzt cool gewesen. Aber wäre auch noch cool gewesen. Wir haben wieder eine Bombe. Kann man noch ein Steam Sale bekommen aus den Dingern? Vielleicht kriegen wir noch mal ein Steam Sale. Aber ich will jetzt eigentlich gar keinen mega krassen Game Break. Ich will nicht. Der dauert nur wieder zu lange. und dann kann ich nicht hochladen. Yo. Was bist du? Ach so. Boah, das ist schwer. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Eine dumme Karte. Kohle und PHD. Ja, okay, PHD. Ich weiß nicht. Aber Kohle ist Kohle. Kohle ist Kohle. Wir haben keine Bombe. Wir haben keine Bombe. Ja gut dann hier. Was sind das? Was ist das für Manieren hier? Äh, spinne ich kann es mal ganz kurz hier. Okay. Nein, was? Lass mich in Ruhe. Ich mag euch nicht. Ihr verteilt hier null mal Geld. Das sind keine Manieren. So, jetzt habe ich wieder meine drei lustigen hier. Uh. Das habe ich nicht gesehen. Plop. Plop doch alle auf. Uh. Ja, was machst du denn hier? Bum. Oh. Oh. Das war jetzt nicht so schwer. Einer geht noch. Ne, komm mit den drei. Schaffe ich auch den Boss. Oh. Ja, aber der hat sein dummes Baby nicht. War jetzt nicht schwer. Ich würde dich gern anders approachen. Boah, den macht man ja hart fertig. Yes, Serpent's Kiss. Und dann wäre alles geil. Und Sharp Plug. Das wäre, glaube ich, für Lilith. Das wäre jetzt sehr geil. Für den Creed Boss, weil dann kannst du auch wieder ganz viel Dinger beschweren. Die Maske. Die Maske finde ich jetzt nicht geil. Die gefällt mir nicht. Und zweimal Fraß muss auch nicht sein. Allerdings die Bombe. Ich sollte für einen Leben lassen, wollte ich gerade sagen. Du, Hure. Was tust du? Habe ich vier Shots? Was? Habe ich vier? Nein, ich habe diesen... Ich hasse diese Maske. Es ist krass. Ja, komm. Du hast keine Chance. Fick dich. Wie dann? Wie dann? Angelus Silus. Mit Los Silus Kornherzhaus. Nehme ich aus. Nehme ich aus. Ja, ich weiß. Ich kann kein Spanisch. Habe es jetzt auch nicht versucht. Ding, ding, ding. Krass ist, krass ist, krass ist. Ich muss keine Schlüssel holen. Also, fuck it. Nehme ich dich. Ich brauche ich nicht. Allerdings brauche ich auch nicht mehr so viele Bomben, weil ich bin in Depths und ich weiß nicht, wie tief es geht. Billigere Bomben. Kommt, davon nehme ich einen. Dann kann ich hier nochmal zwei Bomben legen. Und kriegt die Car Battery? Was eins der besten Items für Linus ist. Ich könnte in die Geheimräume räumen, aber die sind mir eigentlich egal. Lass mal sehen. Ich brauche keinen Range ab. Ja, fuck it. Ja, restlich hatte ich für die nächste Ebene. Tschüss, war lustig. Ich will ja ein bisschen Geld sparen, weil ich will was in die Creed Maschine packen. Und mit der Car Battery. Geil, ne? Ist immer geil. Aber wir haben noch ein paar Ebenen, wo wir Geld sparen. Verliehen können. Und so ein Shit. Voll. Von den Bombs. Kratis Bomben sind gerade vom Kratis Leben. Das ist gerade das Leben. Ujabord brauche ich nicht. Warte, ganz kurz. Hallo, Freunde. Ja, cool. Genau das wollte ich. Der lächelt mich so an. Oh, bist ein Freund. Ich glaube, ich nehme dich mit, weil ich zwei Schlüssel bekomme. Und ich glaube, Luck ab. Sonst hätte ich gerade eine Münze verschwindet. Okay. He-Man-Themesis. Okay. Nee, hier kann ich nicht springen, dass ich vielleicht nicht... Kann ich hier den Geheimrang finden? Loll! X-Ray Vision für den Arsch. Abbraue ich nicht. Was bist du? Pheromones. Wie viele Herzen hier auch liegen? Was kannst du so? Ja, krass ist krass, sag ich immer. Klingt klar. Loll, ich hab Ding bekommen. Den... Du bist der Inkubus. Und mein kleiner Begleiter ist Succubus. Das ist dieses Item, womit Lille startet. Dieses... Cambions Conception, oder wie das heißt. Das ist ganz rechts oben bei My Stuff. Wenn ich genug Schaden kriege, spawt irgendwann einen Random-Begleiter. Zum Beispiel der hier. Und den finde ich schon ziemlich geil, weil der macht halt einfach schon dicke Schaden. Will ich jetzt hier noch was mitnehmen? Uja-Board. Scheiße ich eigentlich drauf. Ja, und behalte ich mal das Geld und gucke in den nächsten Shop. HK-Battery. Also ich bin jetzt ein bisschen OP. Also ich bin jetzt schon... Und ich hab noch nicht mal extra Begleiter bekommen, außer denen. Und trotzdem bin ich einfach schon... Die Fliegen halt jetzt hier rum und machen dick Damage. Und damit kann ich... Leben. Ich kann damit leben. Hallo? Nee, geh mal sterben. Ich will kein Blut. Nein! LOL! Das ist einfach. Und da ist ein Fütter. LOL! Oh, fuck. Oh, die machen jetzt... Die greifen jetzt beständig an, weil sie Schaden bekommen. Weiter. Weiter. Guck dir das an. Guck dir das an! Ich hab hier... Wie viel jetzt? Fünf von allen. Ja, das macht schon genug Schaden. Ich bin zufrieden. Bist du tot? Äh, hallo? Bist du tot? Ding! Ah, zwei Manns... Läu, warum? Warum? Noch mehr kommt, der. Einer ist tot. Apfel... 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 Oh... Oh, du Apfel... Ding, ding, gang, long, long. Geld nehme ich mit. ich habe viel geld zur nächsten ebene hickstein hickstein bisher viertelstunde ich glaube dass wir im hochladen wird sogar was kann ich noch eine zweite folge aufnehmen aber ich will hier nicht kommen eine bombe habe ich die was wir ja gefällt mir mag ich experiment ich bin gerade ganz zufrieden mit dem was ich habe verpüßt sich und ich krieg hier ein steinchen zum sprengen dass ihr seid ich habe euch auch lieb ich habe euch auch lieb die sind schon nett fahrt du vielleicht kriegst du die wichtig kille ich krieg auf jeden fall schlüssel dann lege ich hier noch eine bombe krieg nichts nämlich dich mit weg hier noch ich bin überhaupt chaos durch klaps ja wenn ich vielleicht danach einsetzen soll da kann ich ja noch mal ich brauche hier im eine bombe krieg ich irgendwas coole machen wir doch erstmal hier die ebene zack wo kommt ihr her rubber cement ist alle kleinen inkubus sind die will doch keiner mehr hier gefällt mir kann ich sagen naja ich sehe übrigens nicht mehr was ich mache falls ihr euch fragt was ich tue ich weiß es nicht ich gewinne anscheinend ja komm noch mal schade dass das bei krieg nicht geht beim krieg was ich will nicht dass der laser schießt also stört bitte mehr ja nichts gibt und was ist der andere noch meine ich habe so viele leute gesprengt warum hast du mich noch lieb mach dich nicht macht ja auch mit absicht ich könnte auch nicht sprengen weißt du was billig ist billig ich will auch eine bombe für die maschine und es lohnt sich was habe ich ausgegeben drei münzen für seelen herz und schwarzes herz net nachricht nehme ich an ich hätte gerne noch eine bombe eine bombe zur sicherheit ist immer gut das macht der mit staun mit bei krieg ich auch noch kann ich zähl ne könnte jetzt auch noch gabi werden aber ich glaube wir sind schon profil genug krass ich kriege jetzt vielleicht zufällig ich war nicht im stachelraum allerdings machen wir jetzt ein ganzes herz nein immer noch nicht wow das hat mich erwischt boah der kann ja fast wehtun wenn ich keine 50.000 begleiter haben schade ja gab es ja lohnt sich aber nicht in creed runs sonst hätte ich es mitgenommen man weil ich kapi werden will ich habe ja gab es color schon ok letzte ebene wir können leider in keinen lustigen raum ihr raum raum hallo gab es auch da ich habe es also mache ich ich krieg zu viel schütz die verwöhnen mich hier eindeutig zu stark nice und geheim raum kein problem freunde gibt mir gab die alten dann hole ich gab die schwänzchen das ist doof nehme ich auch ok wenn es sein muss komm ich nehme es jetzt vorsorglich mit ne komm dich brauche ich nicht du bist mir jetzt ich will ja ein bisschen geld spenden keine curses allerdings das ist zu spät ich krieg ja ein curse für mich ja scheiße auf der letzten ebene also das mal noch wieder phd speed und range was war es gerade ich hoffe ja ein bisschen geld ne ok ich darf es einfach nur zweimal einsetzen und ich will mehr credo come steam sale nein steam sale komm mal so you made the super meat boy lol warum ich hatte doch schon mal die kabel ne hatte ich vielleicht nicht ich habe aber jetzt einen meat club und den super super meat boy creed wird kein problem ich weiß nicht der creed boss war schwer am anfang aber jetzt ist das nicht mehr ich darf nicht nochmal mein item einsetzen oh hilfe ihr seid so stark mehr uh ihr könnt mir tatsächlich angst machen das mag ich nicht ich sehe nix naja wie war ich sucht ja komm du auch mit ja komm du auch mit erstmal beschweren hier sehen so viele kleine creed aus ne billige baumme gibt es nicht komm copy item nein aber die nehme ich mit fliegen ist eigentlich jetzt unnütz komm den lege ich noch fliegen ist unnütz aber ich kann mir jedoch das herz voll machen und hier reingehen und krieg the fool ok ja geh mal die bombs hat kippel die fand ich jetzt ein bisschen doof weil ich machte meine bombs aber hey man kann nicht alles haben ultra creed könnte schwer werden wir nicht jetzt ausversehen ding ein vergiss es übrigens die lack ab ich weiß es wo man manchmal lack ab bekommt es gibt eine neue art von münzen los und die macht einfach dass es den lucky penny ist gibt dir ein geld wie ein normaler penny aber macht halt auch lack ab bomben ja cool wow ja das gespottet geld aufheben weil wenn das der dicke hier nimmt wird er stärker glaube ich guck mal ich bin ja fast gapi mit den drei kleinen da guck mal ich habe ihn schon zum viertel kaputt oh ja super meatball ist ihn nix kann er ich sehe nix was seid ihr herzen die brauchst du nicht wieder die brauchst du nicht nein ist mir egal die glauben jetzt wieder geld ach so wenn er mich erwischt droppe ich natürlich geld weil er wie jede creed dinger sind meine fliege greift jetzt dafür aber auch an ja jetzt wäre serpents kiss cool ist mir scheißegal ob da jetzt Viecher aufkommen guck mal ich mach ihn einmal weg so so creed man in unter einer halben stunde und wieder steam cell bekommen ich habe jetzt leider keine bombe um auch den letzten zu springen dann füllen wir da mal rein hoffen wir einfach es nimmt viel ich weiß das darf man nicht sagen everything is terrible too ok nice wird er jetzt stärker wäre nett weil er kannte grad ganz ehrlich gar nichts ihr wisst warum ich das guck mal ich liebe lilis du musst nur die car battery finden ich hatte jetzt noch bff ja eigentlich alles was ich hatte ist sagen wir rotten baby bff und car battery ja ok ich hatte mehrere damage ups gebe ich zu aber du brauchst halt nur bff und die car battery und du bist eigentlich schon geil wenn dann ein bisschen schaden kriegst die inkubus habe ich nicht geholt die mit denen bin ich sozusagen gespawnt mit dem item dazu und es nimmt grad all mein geld nice 164 das ist unser stand falls euch diese folge gefallen hat dann noch bild positiv bewerten ich liebe es jetzt noch kontinuum und ganz viel range up gotthead vielleicht ich hatte gotthead noch nicht traurig egal falls euch diese folge gefallen hat dann auch bild positiv bewerten kommentieren abonnieren und ich habe einfach noch anderthalb stunden zeit ich dachte erst wird knapp mit dem hochladen mal kurz ein wildes run gemacht hammergeil bis zum nächsten paar terminus raus und tschutz bis zum nächsten Mal